Moin zockerfreunde, willkommen zu einer weiteren folge 7 days to die und wir sind immer noch Blutmond Vorbereitung und das bis der Arzt kommt könnte man sagen weil wir ja vor ein paar Folgen doch ganz schön eins aufs Fressbrett gekriegt haben. So, dann kommen jetzt die noch dazu. Na los, komm schon. Ja, eins soweit. So, dann ist das erstmal wieder fit. Ich will das doch gar nicht. Muss ich echt vorsichtig sein, dass ich nicht zu viel drücke. Lieber einzeln und nicht gedrückt halten. Sonst verbrauche ich zu viel Eisen, dass wir gerade auch noch für andere Sachen eigentlich brauchen. Na gut, kurz gedrückt halten. Ja, die haben hier also im Gang, die Mauern haben sie also alle angekloppt. Sie haben jetzt keine kaputt gekriegt von diesen doppelt zementierten. Nicht mal die erste Zementschicht. Weil ich glaube, dass die die ja Schicht für Schicht kaputt machen. Oder nach Zement kommt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die die doppelte Zementschicht wegkloppen müssen. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ich habe dich aber gefragt. Jetzt will ich verdammt aber eine Antwort. Ja, müssen sie. Gut, siehst du, geht doch. Guck mal, selbst hier haben sie gekloppt. Dann haben sie hier noch ein bisschen auf die Mauer zur Base. Da waren sie auch dran, die Schweine. Unten im Graben. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die da so viel beigehen. Jetzt ist gleich wieder Nacht, ne? Ich glaube, mittlerweile sollten wir auch wieder aufpassen, dass wir in der Nacht nicht draußen sind, ey. Vor allem kann der Punk jetzt langsam losgehen, ne? Hm. Aber ich finde es wachlich, wir haben nicht eine verdammte Tür in der Base, ne? Ist dir das mal aufgefallen? Ah, Türen werden auch übergewertet. Na gut, doch, wir haben eine Zugbrücke. Ja. Aber es geht nicht so wirklich als Tür, finde ich so. So, ich baue jetzt mal noch die innere Mauer vom Graben ein bisschen aus. In der Hoffnung, dass die da jetzt vielleicht nicht mehr ganz so beigehen dann. Macht mir nämlich schon ein bisschen Angst, dass die da doch aber wohl, na. Es ist mal ein Stein und dann drehen sie ja doch wieder ab, ne? Und dann komme ich gleich mal in der Nacht in die Base, in der Hoffnung, dass ich da was, ja doch, ich kann auch was in der Base noch machen. Und wenn es nur erstmal eine Verschönerung ist. Das ist alles schön. Kann sogar nichts mehr verschönern. Ja, das stimmt. Das hast du sehr toll gemacht. Gerade die zweite Etage finde ich gut mit diesen zwei Bereichen. Das hat was. Was findest du besser? Schrott oder Mist? Bitte was? Ich will ja nur wissen, was du besser findest. Egal. Ich verstehe die Frage nicht, deswegen. Nein, das ist ja egal. Bis ich das jetzt erklärt und runter genudelt habe. Also, wenn du mich jetzt so fragst, würde ich Schrott bevorzugen, weil Mist stinkt. Gut. Ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig beantwortet habe, aber... Keine Ahnung. Ich will nur immer überlegen, wie ich eigentlich jetzt da dieses eine Schild benenne. Ah. Crap oder Scrap. Das hättest du doch jetzt einfach so sagen können. Ja. Hättest du jetzt gar nicht so viel runter nudeln müssen. Ja, aber ich musste ja auch erstmal dahin überlegen, ey. Ach so. Wenn du im Momentum kommst du eigentlich drauf. Ich kam nicht drauf. Ja, das ist passiert. Ja, ab und zu. Das ist alles. Hm. Ich bin auch irgendwie der Meinung, mir fällt gerade ein, ich glaube, ich wollte eigentlich in der Base die ganzen Mauern eigentlich erstmal upgraden, oder? Oder waren es nur die Außenmauern? Das kann doch nur die Außenmauern gewesen sein. Aber gut, das kann ja auch, am Morgen ist letzter Tag vor Blutmond, ne? Hier. Hm. Aber gut, wir haben wieder Schnetzler, wir haben wieder... Ich mach gleich noch ein bisschen Stacheldraht über die Nacht. Ja, wir haben leider nur einen Schnetz. Ah. Oh, Alter, ich hab ihn auf die Zunge gebissen. Okay. Einen Schnetzler pro Seite aber, ne? Mhm. Kannst du da nicht noch welche von bauen, oder brauchst du da... Ja, kann ich. Muss ich gucken. Oh. Wir haben nur eins... Da riecht ich hier rum, ne? Ja, dann guck mal wegen Bauen. Kannst du ja jetzt schön in der Nacht machen, weil wir brauchen die unbedingt. In der Nacht ist Blutmond. Ne, jetzt in dieser Nacht. Ach so, wir haben ja erst 41. Da ist er noch. Siehst du schon, das ist... Ja gut, weil hier haben wir einen Schnetzler, weil vielleicht kannst du ja sogar noch... Ich würde diese Platte nochmal einen nach links versetzen. Oder... Ja. Ich komm mal rein. Im Moment ist mir das immer zu heikel da draußen. Mhm. Echt? Echt? Diese Ordnung geht mir so auf den Sack. Den Ender ist. Hätte es so gern. Ja. Ich fühl mich da jetzt so lange durch, bis du es warst. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Du hast mal so. Habe ich auf einmal dieses schöne... Wie sagt man? Dieses schöne Bild... Wenn der... Bei Windows. Weißt du? Wenn du nicht die Maus hast, sondern den blauen... Blue Screen. Nein, wenn du nicht mehr deine Maus auf dem Desktop hast, sondern den blauen Ladebildschirm, diesen blauen Ladekreis, weil irgendwas gerade nicht hinterherkommt. Den hatte ich vorhin nämlich auch und dann ging nichts mehr und auf einmal war ich irgendwann direkt auf dem Desktop und das Spiel ist gecrashed. Also in der letzten Folge hatte ich das. So, daraufhin nehme ich jetzt erstmal einen Schluck von dieser Fanta Dark Orange, kann ich euch nicht ans Herz legen. Ich muss dir sagen, das hatte ich vorhin auch, aber ich habe ein ganz anderes Spiel gespielt, also. Okay. Auch auf einmal nur diesen blauen Kreis, zack, auf dem Desktop, kein Game mehr, kein gar nichts mehr, komplett beendet. Okay. Selbst Steam hat es komplett rausgehauen, also Steam muss ich auch neu starten. Ich hatte doch so viel davon, wo ist denn das hin? Das ist nicht gut. Ah, da ist noch was. Ich habe es nicht. Alles gut. Ich bin unschuldig. Stachel gerade. Licht anmachen hier. Kick more, der Zwergenheimer hat euch geklebt gekriegt. So. Ey, ich hoffe, die springen da nicht rüber. Wahrscheinlich müssen wir es sogar doppelt hoch machen. Ey, es würde mich nicht wundern. Wie hießen die Eisenstangen? Ja, Eisenstangen. Du meinst die Gitter, ne? Ja. Ach, fuck. Alter, sind die teuer. Der in Ernst? Ja, die sind teuer. Kosten 100 Eisen? Alter, haben die irgendwie gelitten? 100 Eisen? Eine Stange, ne? Ja. Ja, ja. Das ist schon krass. Es ist im Endeffekt, ich glaube, 100 Eisen sind 10 Mal geschmiedetes Eisen, glaube ich. Das ist schon... Ich finde es auch ganz schön... Das ist aber richtig happig, ey. Ganz schön gefäfferter Preis, ne? Eingeschmiedetes Eisen sind... Ne, war da ja andersrum. Eisenbruchstück. Ein Eisenbruchstück sind 5 Schrott. Oder Eisen. Dieser Haarträger mit diesem Rohr da drüber, weißt du? Mhm. Ah, da wurde was geschnetzelt. Hast du es auch gehört? Ich weiß nicht. Ja. Hast du mal geguckt, ob du die jetzt schon wieder bauen kannst? In was? Na ja, noch welche dazu. Bauen. Ja, bin ich gerade bei. Würde ich auch gehofft haben, mein Freund. Ich bin spannig, you. Links oder rechts? Was, links oder rechts? Jetzt auf die andere Seite? Oder? Also, wenn du erstmal nur einbauen kannst, mach mal in dem anderen Gang. Das wir jetzt erstmal schon mal in jedem Gang einhaben. Okay, aber du wolltest die Blade Trap auf der einen weiter verrückt haben, oder was? Oder soll die da stehen bleiben? Die kann da bleiben, wo sie ist. Gut. Da ist die nächste Platte. Oh, 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 oh. So, ich bin jetzt schon die Hälfte rum. Also, die Hälfte der Base ist eingezäunt. Wenn man so will. Ist doch schon mal gut. Oh, ist wieder eins zu weit gedrückt. Warum? Weil ich dämlich bin. Das hast du gesagt. Schlimme ist, dass ich die echt alle noch auf Eisen upgraden muss, ey. Und das jetzt erstmal nur Holz ist. Das ist das Schlimmste an der ganzen Geschichte. Oh, fuck. Was hast du gemacht? Ich bin von ganz oben nach ganz unten geflogen. Hast du dir ein Bein gebrochen? Äh, äh. Wie kommst du da denn drauf? Och, war nur eine Idee. Ist ja das etwa auch schon passiert. Nie. Never ever. Also dafür bin ich aber viel zu schlau für dieses Spiel. Ah, das ist halt. So. Wir haben ein Gitter. Einmal rundherum. Leider nur Holz. Ähm. Da ich ja Holz gemacht habe, werde ich jetzt schon mal upgraden. So viel wie mein Eisen hergibt. Und dann neues herstellen, ne? Glaub ich dir jetzt mal. Ja, musst du. Eine Schiene, brauch Stoffhetzen. Das war's schon, was es hergibt. So. Achso, ich dachte schon, das war schon wieder mit der Folge. Nein, Mann. Nein, Mann. Nein, Mann. So schlimm war's denn doch nicht. So, dann gucken wir mal die Kisten durch. Haben wir nochmal irgendwo normales Eisen. Das wurde ja doch recht viel gesammelt. Eisen? Ja. Eine Etage höher. Ja. Ja, ganz normales Eisen ist das da auch, ja? Ja. Irgendwo ja. Eine Etage höher Eisenproduktion müsste irgendwo da drin sein. Okay. Obwohl erst mal... Eine Etage höher Eisen. Ja, ich wollte trotzdem hier... Hier ist ja auch ab und zu immer mal was drin, ne? Was ist das jetzt hier... Was ist denn hier los? Alles wird schon rot, ey. Es wird schon rot. Auf die Fresse. Zombies haben ein bisschen Hau, ey. Gern. Ja. Genau, wie es ist. Okay, das habe ich alles gemacht. Irgendwie... Merke ich, ich bin schon echt müde. Was ist das? Was müde? Mhm. Ach, weiß ich auch nicht. Habe ich mal so gehört. Es kann nicht sein. Ich krieg... Das ist ein zu viel, oder? Ich habe gemogelt. weiter zurückgelaufen bin. Das Kabel war wieder ganz normal schwarz. Ja. Und dann konnte ich... Und dann konnte ich es anschließen. So ein bisschen so... Das Game was getrickst. So, ich kann dir sagen... Was ist das? Ja. Ja. Warte. Also der Gang hier ist jetzt fertig, oder? Da ist alles mit Stacheldraht voll. Okay, das ist gut. Jetzt mache ich den nächsten Gang. Aber ich werde sie natürlich auch wieder langsamer. Und das ist ja für uns auch echt nur gut. Wie läuft mein Charakter irgendwie gerade so störrisch? Okay, so. Zwölf Stück. Ich hoffe, du bist der, der das gerade da hat, zerkloppt. Ja. Gut. Warum kann ich da jetzt nichts anbringen? Ich muss hier noch überredeln. Der. Ich habe hier einen Stein, da kann ich kein Stacheldraht anbringen. Einen Stein? Ja. Ums Verrecken nicht. Er will den da nicht ransetzen. Als wenn mir irgendwas im Weg ist. So wie der Stein da vorne vielleicht. Jetzt geht's. Da lagen Stein. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. 24 bräuchte ich noch. 24 mal Stacheldraht. Das sollten wir doch hinkriegen, ne? Stacheldraht? Ja. Wenn ich dann gleich noch Eisen finde. Ja, wie gesagt, oben. Ich gehe jetzt mal nach oben gerade. Das sieht nach Steinmaterial aus. Ich bin so ein Honk. Da, guck mal. Noch genug. So. 24. Fertigen. Let's go. Hey ho. Packen wir das Eisen wieder zurück. Und dann gucken wir mal. Du hast ja hier schon schön ein paar Sachen gemacht. Scrap, scrap. Clothes, weapons and tools. Ammo. Magst du mir die Kisten hier mal öffnen? Hm, da ist ja noch mal nichts drin. Ja, aber da packe ich jetzt was rein. Kannst du ja gerne. Ich kann ja das, was ich jetzt schon hab, äh, immer schon da rein tun, oder? Das ist alles... Das Zimmer ist offen. Ja, es hat noch die Frage, ob ich es noch umbenenne. Ähm, weil... Ich hab natürlich jetzt auch so Aloe Vera Creme und so weiter. Das ist ja eigentlich mehr... Ich weiß nicht, ob das mehr in die Landwirtschaft geht. Keine Ahnung. Aloe Vera Creme kannst du mir in die Medizinkiste packen. Genau, das ist es nämlich. Daraus machst du ja wieder Medizin. Also in die Medizinkiste. Würde ich jetzt mal so tippen. Dann weiß ich immer... Oder du packst es, weil, ähm, ich ja meine ganzen Essenssachen mit den Pflanzen zusammen immer in einer Kiste hab. Wieder in die Essens- und, äh... Dingskiste. Da find ich das halt auch immer. Weil dieser... In die Essenskiste pack ich ja oder hab ich zuletzt ja auch immer den ganzen Pflanzenkram gepackt, weil es war für mich so eine Essens- und Erntekiste. Mhm. Dann machen wir einfach das Schild. Das. So, dann mach ich jetzt mal weiter mit meinem Kaktus-Draht. Wortspiel Kaktus-Draht. Oh, verdammt. Ach, das bringt doch nichts mehr. Der Hirn, lass Gott regnen. Der Hirn, lass Gott regnen, ja. Der Hirn, lass Gott regnen. Los. So klar in deiner Welt, oder was? Oh, überall bunte Blumen. Alles gut. Schön, ja. Zu mir sagt man auch immer, Mann, du bist doch voll in deiner eigenen Welt. Und ich sag auch immer, ja, ist toll hier. Hier kennt man mich. Keiner meckert sich hier. Jetzt machen wir mal willkommen. Ja. Da muss man sich auch mal zurückziehen können. Oder nicht? Jo. So, und auch der zweite Gang ist wieder bedrahtet. Ist das nicht geil? Ja, ne? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Ups. Machen wir da auch eins, zwei, drei. Gut, dann haben wir jetzt... Frage ist halt, passen wir da rein, ne? Eigentlich sollten wir da ja reinpassen. Ich brauche dich gleich mal. Also da, wo du bist einfach. Ich komme gleich zu dir. Wer hat mir jetzt hier noch? Drei. Alles gut, ich brauche dich doch nicht. Wie handhabe ich das denn jetzt am besten? Das ist jetzt echt die Frage. Ja, wie sieht das komisch aus? Ja? Wie sieht es das? Oh, ich bin schon wieder eine Schreierin irgendwo. Ich glaube, das wird auseinandergeschrieben. Ich glaube, das lassen wir erst mal so. Was wird denn auseinandergeschrieben? Komm mal, useless stuff. Ich glaube, ich habe auseinandergeschrieben. Ansonsten hast du hier irgendwie drei S hintereinander. Das kenne ich nicht. Das kenne ich nicht. Will ich so nicht haben, mag ich nicht. Frage ist nur, was ist useless stuff? Ungenutztes Zeug. Ne, nutzlos. Das wäre schon klar. Das ist eine Topflein zu essen, nutzlos. Tierfett. Ich habe hier jetzt die Farbe drin. Irgend so ein Papierzeug. Old Cash. Weiß ich nicht, wofür man das haben muss. Dann das normale Geld. Hier ist noch ein Kanister. Kanister ist jetzt Ammo. Das will ich jetzt. So. Dann. Ach Mist. Da ist die Kamera am Weg. Was für geil. Was, das war's? Ne. Ich würde sagen, wir noch ein bisschen mehr, oder? Ich weiß noch nicht. In welcher Reihenfolge. In welcher Reihenfolge. Das jetzt alles hier aufbauen will. Achso. Ja, das ist gerade alles irgendwie mehr oder weniger Selbstgespräch. Scrap, polierst da. Dann rede ich jetzt auch mit mir selbst. Ja, red mal mit dir selbst. Nachher werde ich nochmal schön mich ins Badezimmer schleichen, mich selbst anfassen. Und. Hör auf mit dir selbst zu reden. Verstehe ich jetzt nicht. Weiß ich nicht mehr warum. Aber was ist da jetzt das Problem normal? Na ja, wir sind nicht. FSK 18. So, dann ist alles gut. Dann kannst du weiterreden, ne? Obwohl, das Spiel ist ja eigentlich FSK 18, ne? Mhm. Ja, aber das kann sich ja, glaube ich, eh jeder so reinziehen, wie er lustig ist. Ähm, ne, ich könnte es ja. Ich könnte das Video auf 18 stellen. Das geht. Also. Das machst du machen. Ja, ich kann dir gleich eine Jugendsperre. Das Ding ist natürlich, ähm, ich sage jetzt mal, jeder, der ein Smartphone hat, hat ein Google-Konto. Und wenn jetzt, sage ich mal, die Eltern, ähm, das jetzt nicht mit YouTube, äh, 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 Sperre oder YouTube-Kids, gibt es ja mittlerweile auch, äh, eingerichtet haben, dann könnte das jeder im Endeffekt so nutzen, wie er Bock drauf hat. Mhm. So. Es gibt YouTube-Kids. Ja, es gibt mittlerweile YouTube-Kids, ja. So, ich will dir jetzt mal was zeigen. Mhm. Wirst du gleich sehen. Ich komme nämlich jetzt durch die Decke. Hast du nur einen Mantel an, oder? Hahaha. Woher du weißt. So, und jetzt möchte ich dir mal was zeigen, und zwar, warte, warte, ich muss den Mantel noch zumachen vorher. Mhm. Wo bist denn du? Das erzähle ich dir nicht. Magst du mal eine Etage, doch, komm mal bitte eine Etage tiefer. Ja, wo bist du denn? So, hier, hinter dir? Ja. Jetzt komm mal hier mit runter. Hä? Ja, ja, komm mal mit runter. Ist das geil oder ist das geil? Ach, nice. Kann ich hier runterfliegen? Nee. Ja, geil. Ja, geil. Ja, nice. Ja, geil. Okay, das feier ich jetzt irgendwie. Und dann können wir im Endeffekt hier noch natürlich rüberballern. Vielleicht muss ich hier oben nochmal wegnehmen und das auch wieder als Gitter machen. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Aber wenn sie denn mal durchbrechen, könnten wir immer noch von hier im Endeffekt von oben auf die runterballern und den ganzen Gang entlang im Endeffekt. Ne? Toll. Ja. Hä? Wie kommt die da jetzt wieder hoch? Also ich feier das auch gerade voll. Wendeltreppe. Wood Bars. Wie viel machen wir denn nochmal eben? Machen wir nochmal einen Fuffi. Na ja, es ginge auch, wenn du hier jetzt zumachst. Wo bist du jetzt schon wieder? Ach so, du bist ja schon wieder weggelaufen. Warte, warte. Ja? Ich bin da, wo du mich alleine gelassen hast. Wenn du hier jetzt zumachst, weißt du? So, ungefähr. Ach so, stimmt. Die sind ja von oben nach unten. Ja, da lass ich mir nochmal was einfallen. Aber erstmal mache ich das hier noch so mitfertig. Gut. Ja, geil. Sieht cool aus. Ganz geil, ne? Ja. Aber jetzt muss ich erstmal zumachen, glaube ich. Eins mache ich jetzt noch bevor. Oh, guck mal. Die Folge ist auch schon wieder vorbei. Das heißt, das mache ich in der nächsten Folge. Ja. In der nächsten Folge mache ich nochmal was. Und dann mache ich hier in der Nacht weiter. Liebe Leute. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge 7 Days. Und wir sagen erstmal bis denn der Antenne. So, Zockerfreunde. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch mal bitte ein Like da. Und empfiehlt mich doch einfach mal weiter. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis denn dann.